Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Bliesgau Wanderweg. Start ist der Bahnhof in Güdingen und Ziel ist der Goldenstein bei Blieskastel. Diese Etappe hat etwa 22 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Morgen im Regen. Hier ist es der Bühne der Garten, der sich durch die Etappe verbunden hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Welche Pfade willst du? Schoko 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 Papi Schoko 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch etwa 800 Meter, dann sind wir am Goldenstein Die Tour ist für den Herbst sehr sehr gut geeignet, denn man läuft nur auf breitem Weg Man hat auch immer mal eine schöne Aussicht ins schöne Bliesgau Das war uns heute leider verwehrt, wegen dem schlechten Wetter Aber es hat nichts gemacht, wir waren froh, dass wir draußen unterwegs waren Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch Sowie über Kommentare sehr freuen Also, bis dann, ciao, ciao Ciao, ciao 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 So, Outtake die Erste Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt Sarah und ich sind heute auf dem Bliesgau Wanderweg unterwegs Und zwar Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt Sarah und ich sind heute auf dem Bliesgau Wanderweg unterwegs Startpunkt ist Gütingen am Bahnhof und Etappenziel ist am Goldenstein in Bliesgast bei Bliesgaststadt Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt Sarah und ich sind heute auf dem Bliesgau Wanderweg Startpunkt ist Göttingen am Bahnhof und 10 ist Goldenstein Oh, leg mich doch im Arsch Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Bliesgau Wanderweg Startpunkt ist Bahnhof nach Samu, leg mich doch im Arsch Ist der Bahnhof? Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Bliesgau Wanderweg Diese Etappe fängt in Göttingen... Göttingen... Machst du das extra? Nein... Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Bliesgau Wanderweg Diese Etappe fängt in Göttingen... Göttingen... Ich wünsche neue Orte... Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Bliesgau Wanderweg Start ist Göttingen am Bahnhof und Ziel ist Gollenstein bei Pieskastel Diese Etappe hat etwa 22 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit... Marco? Ja? Und Ziel ist Gollenstein... Bei Pieskastel Das wäre so... Das finde ich richtig Das wäre Gollenstein ein Ort, du hast es ungefähr beschrieben Wanderfreunde Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich muss jetzt wieder lachen Ich komme zum Glück Ich komme zu dem Säden